WOLTURN WOLTURN Jetzt sind wir gemeinsam nach Wien gefahren und haben uns dort Nestreus' Zukunftsoper »Tannhäuser oder die Prügelei auf der Wartburg«, eine Parodie nach Richard Wagners »Tannhäuser« angesehen. »Tannhäuser« »Tannhäuser oder die Prügelei« »Tannhäuser oder die Prügelei auf der Wartburg« großartig nicht einzigartig diese musik das ist ein theaterstück ganz vielen handelnden da ist zum beispiel die göttin der liebe venus und dem landgraf purzel von thüringen einem musik enthusiast und seiner nichte elisabeth und wolfram von dreschenbach mein geheimnis und heinrich tannhäuser ein heruntergekommener tenor und noch einige andere figuren aber sehen sie selbst na neugierig geworden alles in allem erwartet sie tanz musik herrliche atemberaubende effekte und wenn sie mehr erfahren wollen dann dann kommen sie doch vorbei und vielleicht sehen wir uns im theater bei wagner für anfänger so Untertitelung des ZDF, 2020